Hallo zusammen! Ja, heute backen wir einen leckeren Apfelstrubel mit einem hauchdünnen, handgezogenen Teig, der mega elastisch ist. Klassische Füllung mit saftigen Äpfel. Klassische Füllung mit einem Klassischen Füllung mit einem Klassischen Füllung. Wir brauchen kein Mehl, der Teig klebt nicht. Für diesen Strudel habe ich die Apfelsorte Boskopf genommen. Jetzt kann man Äpfel schälen, entkerlen und in kleine Stücke schneiden. Ich habe die Rosine mit Rum angeweicht. Ihr könnt natürlich alkoholfreimachen, zum Beispiel mit Warnemasser. Ich habe die Aufmerksamkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020